Wir beginnen, wie geplant, Punkt 12. Da sind wir also wieder und reden über die Juden. Wir rechnen mit etwa 90 Minuten. Schätzen wir Maya und ein bisschen weiter weg. Das ist wie beim Kameradschaftsabend. Am Ende geht es immer darum, wer den Hut aufhast, nur ohne Bier. Schade ein. Die Gesamtlösung der Judenfrage ist nämlich genau das. Die Endlösung der Judenfrage. Und wie groß sind die großen Maßnahmen? Hier reden über 11 Millionen. Mit Verlaub, Sie sprechen von sämtlichen Juden Europas. Zein Yiginas. Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Nur hör damit, Arbeit gibt's genug. Zu wissen, dass wir alles getan haben, was menschenmöglich ist. Die Judenfrage ist so entschieden. Wir machen das noch. Davon können Sie noch Ihren Enkeln erzählen, meine Herren. Wer kann schon von sich behaupten? Weltgeschichte hautnah mitradiert zu haben. Ich würde sagen, wird gestaltet. Das ist die Schmerz. Die Schmerz. Die Schmerz. Friedlich.